Philipp, was ist denn mit deinem neuen Auto? Zeigst du uns das mal, oder? Mach doch mal eine Führung. Du, dass es mit dem Colt nicht klappt, zeitnah. Haben wir jetzt gedacht, du scheiß drauf, Alter. Nehmen wir das Ding. Ist sogar, weil das ein Limited ist, Scheinbremse hinten, Alter. Hast du meine Frontleuchte eingebaut? Scheinbremse hinten. Die ich jetzt in mir beurteilt habe. Hast du die Hella-Schein? Ja, ja. Okay. Die Hella-Schein, wer hat der vorne drin? Ist Sonderausstattung. Uhhh. Hat nur die Sport-Ausstattung. Guck dir den Kühler-Kühler an, Alter. Dicker Eis. Ist das nicht vom Caddy-Lac? Das ist das dicke Eis-Cold. Der ist Eis-Cold. Und dann, klassisches, neunzer Jahre-Einarmböschung. Krass, Alter. Ist hier überhaupt Motor drin? Die sind hinten, glaube ich, bei den Buben. Von der ATU habe ich nachgefahren. Und Carbon-Sitzschalen. Stecker da. Krasser Scheiß. Ja, ne. Also wie gesagt, ich habe echt viel Arbeit drin. Hier steckt vorne, wie gesagt, von Rolf die Hella-Scheinwerfer. Hinten halt umgerissen auf Scheibenbremse. Weil die Leistung... Der ist voll los abgefahren. Kommt immer noch mal drauf. Ne, ich will erstmal Saugertuning. Okay. Erstmal Saugertuning, gucken, abstimmen. Doppelweber oder was? Ich denke, man wird Doppelweber. Ja. Wahrscheinlich ein 40er. Na ja, dann. Geil. Vielleicht denke ich auch BVF-Erjahre vom Mobid. Die sollte auch reichen. Aber die Folgen von Mikrokasten sind immer noch am besten. Ich denke, alle Leute werden sich freuen auf das Projekt. Und das ein 4x100 ist? Ja. Ja. Wie gesagt, das wird Ersatz für das Kolt-Projekt. Gut. Jetzt kommen einige, eventuell, schreiben drunter, was ist mit einem Kolt? Dazu kommt auch noch was. Wolf, du willst dir das schön oder vielleicht gerne? Weil ich es dir schenken wollte nicht, oder? Das ist Maren seine Drago, seine Biker-Cute. Warum hast du das nicht auf? Na ja. Das ist so ein geiles... Das ist ein Rotztuch. Das ist doch schön. Ich habe mir Flexi-Fett bestellt. Trotz, kannst du was nicht mitmachen, dann bist du aber hübsch. Jaja, jedenfalls auch mal ein Rotztuch. Ich habe eine Flexi-Fett bestellt und dann war das mit dabei. Wahrscheinlich, weil das so ein... Aber das kannst du eigentlich auch schön als Tischdecker hinlegen. Meine Mutti. Mutti, äh... Meine Kleine. Ja. So. Äh... Wo sind wir, Alter? Regensburg. Wir sind gerade in Regensburg angekommen und sind heute zum ersten... Wir sind zum ersten Mal in Regensburg. Wir haben Klub... Czerni? Czerni? Ganz genau. Du könntest es nicht so richtig aussprechen, lass uns das nicht richtig sagen. Czerni. 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 Ja, schauen wir mal wie es wird. Erstmal Regensburg wird. Bestimmt lustig. Eigentlich würden wir mal andere Ansagen tränen. War so cool aber halt. Mach doch mal ein Backflip. Was ist noch passiert heute? Ach, Wolf hat was... Wir sind halt einfach langweilig. Wir haben gestern was geschenkt bekommen. Uuuuuh. Nicht direkt von Andreas von Nord & Light, sondern von... Erik. Erik Berger von der Manik. Und... Das ist quasi der Produzent auch von Nord & Light. Ja, Kuppeltüßer, wie auch immer. Genau. Und... Ja. Weil wir von My Pain so einen geilen Remix gemacht haben, denke ich, hoffe ich, ist das das Geschenk von den Jungs für uns an uns. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Da sind aus 25 Jahren die besten Songs von denen drauf. Wie man sieht, ist einiges drauf. Guck dich da hin. Hallo. So. Such's. Was müsst ihr da rein suchen? Ähm... Einfach nur ein Light bei Spotify eingeben und dann seht ihr schon dieses krasse Cover. 25 Jahre. Da sind auf jeden Fall geile Songs dabei. Ja. Ja, wir lassen das Ding zugepackt. Rolf sagte, lass uns das mal eingepackt, weil das äh... Es ist limitiert und deswegen... Mehr muss es hinhängen. Wir haben eh keinen Vinylplayer bei uns. Vinylplayer? Wie heißt die das? Vinylplattenabschwähl. Das nennt sich Musiker, alter. Du, ich bin der Gerichter Ditschi. Ich bin hier äh... Know your roots. Ja, ja. Irgendwann vielleicht noch nicht alter werde. Aber jedenfalls... Dann wo es nicht mehr wichtig ist. Das kommt. Das kommt. Denn wenn es keinen mal interessiert, fange ich an platt zu spielen. Nein, aber... Wir haben das auf jeden Fall. Und äh... Streamen das Ding natürlich. Komm runter, bis wir die Ball. Ja. Und... Ja, wir nicht. Ihr müsst das machen. Ja, wir hören es halt auch noch. Ja. Ein bisschen Ideen zu holen und zu sammeln. Aber... Ja, wir gehen jetzt hoch. Ja. Ja. Wir checken jetzt das Motel. Dann haben wir zwei Stunden schlafen und dann... Schön. Ne, wir werden in einer Stunde abgeholt. Um 23.30 Uhr. Durch die Eisenbahn. Wir müssen noch mal duschen, weil du stinken. Durch die Autos. Nein. Ja. Geht doch eigentlich. Nein. Ich rufe jetzt! Mach Licht. Winkelst du? Nein. Ich stehe in meinem Koffer. Ich stehe in meinem Koffer dort. Warte, bis grün wird. Lass in den Gegensport. Lass mich los! Wo müssten wir hin? Zum Hotel dort lang. Da oder da lang? Da lang. Ich hab ins Tabi geguckt. Sechs Minuten zu Fuß. Wir schaffen das. Wie spät ist das? 16.30 Uhr, glaube ich. Was? Es ist sechs Uhr vier. Ich mach's auf meine Weise. Es ist elf Uhr. Elf Uhr 27. Der Tag nach Regensburg. Warum? Ich geh jetzt mich und meinen Kater da drinnen ersaufen. Ertränken. Wie sieht denn das eigentlich hier außerhalb? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. War nicht ganz geil, ja. Filmst du schon? Ja klar. Gut so. Ja, heute. Wir sind aus Regensburg gekommen. Wir sind jetzt in Opa. Bei einem Taktgefühlfestival. Open R. So rum. Wie wir erfahren haben, ist das jetzt schon die fünfte Veranstaltung. Der fünfte Open R hier. Wir sind das erste Mal dabei. Das erste Mal dabei. Die Jungs haben auf jeden Fall schon riesen Pluspunkte gesammelt. Mit dem Hotel. Alter, wie geil ist denn das hier? Guck dir das mal alles an. Mühle, Digga. Mühle? Ja. Das ist so lange her. Ich würd's mit Rolf spielen, aber der Schläge. Will ich hier das Wasser? Digga. Das ist nur schön hier. Ja, wir gehen mal zu dem anderen. Mühle. Mühle. Digga. Und da drinnen? Da. Da seh ich uns noch. Digga, das sieht so schön aus hier. Ohne Mist. Also tipptopp. Darf wir schon mal riesen Pluspunkte? Riesendanke. Also Taktgefühl. Open R. An die DJs könnt ihr euch merken. Da werdet auch versorgt. Lasst euch buchen. Genau. Wir sind heute relativ zeitig dran. Wir spielen 22 bis 23. Wie wir gehört haben, ist das eine Taktgefühl. Taktik. Mal schauen, ob sie aufgeht. Und, äh... Ja, wir sind gespannt. Wir haben auf jeden Fall Bock. Na, genau die Seite, gell? Das ist ein geiler Typ. Das ist ein geiler Typ. Und seine alte erst. Die alte von dem ist geil. Film auf die alte. Die würdig. Die würdig. Die würdig. Drei Nütze. Drei Nütze. Es geht heute um die Ära. Wollen wir nochmal anstehen? Ja. Ja. Alles klar. Fert! Ja, geht weiter. Oh, ja, geht weiter. Das ist so. Ja, ich will mal hin. Ja, du hast zwei geklemmte Taktik. Ja. Ja, das ist so. Ja, ich will mal hin. Oh, du musst dich auch bewegen, gell? Oh, das war mit Fall! Hey, letztes Ding, letztes Ding! Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Warte, den hab ich nicht gesehen! Der kühlt es nicht, der kühlt es nicht! Ich spiele das, ich spiele das, ich spiele das! Ich spiele das, ich spiele das, ich spiele das! Und aus! Was? Was? Aber ich komme mehr dran! Ich weiß, er geht mal so, mal so! Und! Und! Nein, das ist auch gut! Digger! Ich bin echt klar! Achtung! Ich bin echt klar, ich bin echt mad! Ja, wer ihr kennt! Was ist das? Ja, kein kein Problem! Spendjcie! Er kommt doch auf die 4000 Yoga Party! Wir sehen, die plots mit Nicole! Ich bin superlebr Natur! Alles gut gehalten! Schwierig solltest du dich kommende an! Alles will auch... Nicht komplett abtm climbing! Und ich bin Fülle und ich habe einen Bademann an und wir brauchen einen Handtuch. Und jetzt und ich habe das Gefühl, dass ich der Erste bin. Ich bin 100% der Erste. Oh, er wusste ich es doch. Dann ist es wohl jetzt meiner. Guckt euch doch mal diesen Kackpool an. Wer baut bitte so eine riesen Hütte? Hallo, hi, alles gut? Ja, ja, natürlich. Ich auch. Alles gut, alles gut. Entschuldigung. Ich bin immer noch erschrocken, dass wir mitten in der Nacht noch baden gehen können. Es ist ja schon nach vier. Ja, ja, deswegen. Das ist ja noch viel... Zuflade. Vielen Dank.